extrem bekeimten positionen deiner rosette werden die werden in echtzeit gescannt auf der karte oder warte befinden sich momentan 27.895 keime auf deiner rosette in dieser konstellation ja dann wisst ihr auch bescheid liebe leute jetzt habt ihr die karte wunderbar auf der linken seite unten erklärt bekommen jetzt wissen wir auch warum es die hardnet edition heißt ja da gibt es so ein plug in das überträgt es live krass oder siehst du weltweit was ich das von gerade bodenangriff oder kein free fall bitte das spiel zur serie oder diese karte das spiel zur serie soll glaube ich auch nicht so gut sein die hast du schon gespielt habt ja habe ich schon ja okay was anderes habt ihr den neuen trailer zu rambo gesehen rambo the video game sie gehört sich genauso ist es genauso gut wie es sich anhört ja also die grafik ist auf einem niveau da können sich manche spiele noch was von abgucken und der ist auch auf dem niveau da können sich manche leute noch was abgucken wir sollten lieber sven wieder machen weil bei mir die lobby so rum spielen ich glaube das hat auch auswirkungen auf meine suche das wenn überall erinnern probieren wir einfach mal wenn du mal allein ja ich habe das schon gehört hast du es auch verstanden ja ich habe es verstanden ich bin schon drauf auch wenn geht das auch schneller wenn ist ja auch mal ganz fix ja ich bin drin das ging aber leicht ja ein richtiger jizz master sag mal sag mal wenn du hast diese wunderbar mit den keimen erklärt was bedeutet denn diese diese kurve die da so drin ist gerade gerade so über über unserem bereich ja europa ist die kurve ja sehr niedrig ja das loslegen durchsichtig ist das darüber gelegt einen sack das erklärt einiges ich dachte es wäre das rosettensäpfchen oh god ist das was beim kacken flattert genau welches spielen wir? oktan oder schasen? ich habe oktan ich nehme mal schasen ich bin ein rebell hu das ist das erdmännchen hu und der dunkle avenger und el perro o 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 Wir werden so verlieren Hallo Fehlt ja nur noch einer, dass wir ein vollständiges Team haben Wir zwei Wer flötet sich da ein? Olli, glaube ich Wer ist Olli? Ich Olli Olli Du musst mich beleidigen Du hast doch geflötet Ich flöte gar nicht, Alter Ich spiel LOL Dabei flötest du dir nebenbei ein? Nee, ich nogger mir ein Achso Du noggerst mir ein Noggern, ja? Am besten ist Nogger Schock, finde ich Also nicht rassistisch, ja? Aber Nogger Schock ist wirklich Nee, das Ei ist Nogger Das hat auf der Verpackung stehen Nogger dir ein Boah Sven, du hast ja von alleine gespielt, wa? Der Feind hat ja nicht Der war eben schon Level 14 Herrschaft Ja, aber nicht, als wir vorhin aufgehört haben Nehmt die Ziele ein Doch So Was ist jetzt? So Mädels Mädels Beta Beta Charlie wird gesichert Wo ist Beta? Ich bin dran vorbeigelaufen Ich hab die Map noch nie gespielt Ich hab einen gemessert Ich hab ihn in den Rucksack hinten vom Rücken geschnitten Hier ist ein Bus Wir verlieren Sieg B gesichert Boah Wir haben Charlie verloren Ah, wo kämpft der denn? Wow Das ging der Bissar Schießt nicht auf mich Wir sind Freunde Glaubt mir Der Feind hat A Sagen sie alle Glaub ihm nicht Das sagen sie alle Schießt noch mal drauf Ich hab hier die Ja Grab, Alter Grab Ähm Boah, gleich zwei, ey Bin der Killer Bin der Kill Gekillt Äh Alpha wird gesichert Man, Leute Alpha Wer sichert Alpha Ich Bin unterwegs zu dir Händchen halten Du bist tot Ja, besser ein Schott Meine Händchen zu halten Hättest du mal besser Auf die Gegner gefeuert Du Fenster Oh Gott Wir verlieren Bravo Das wär gut gewesen Ja, ich hab mich irgendwie Auf das Falsche konzentriert Glaub ich Der Mark nimmt das auf, ne? Ja, das ist schön Ja, das ist schön Dann weißt du wenigstens Die ganze Welt, dass er es ist Mein Gott Boah, da oben ist ein Sniper Da oben ist ein Sniper Sven, wenigstens liegen wir zusammen Wenigstens liegen wir zusammen Genau, Mark Hier ist mein Gott zu Scheißliche Satz Gesichtet Du musst nicht in dem Spiel Weißt du, wenn es nicht läuft Irgendwie anders motivieren, glaube ich Oh, ich bin beschossen In deiner war der In deiner Nach unten Und oben Die sind überall Wie die fliegen Den mag, finde ich wieder cool Die gefällt mir irgendwie Wie ist Uti-Mapper? Ich seh zwar noch nicht so wirklich durch Wie Aber das wort nicht die Jäger Die ganze Zeit hinter dir Ja Wenn ihr redet, kann ich nicht schießen Lalalalalala Wenn ihr redet, kann ich nicht schießen Das ist auch gut Weg sichert Weg Boah, weggebumst, ey Schon klar, das ist schon klar da bei B Ist schon klar Ja, ja, das ist schon klar Das ist schon klar so Dauerfeuer, Abenteuer, sag ich nur Leck mich in dein Gesicht, ey Leck mich in dein Gesicht Da ist ein Hund Da ist ein Hund Da hätt ich getrunken Wie er da hockt Auf der Rolltreppe, ey Wo ist die Konzentration aus, ey? Da ist er, da ist er Hallo 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 Äh, wo ist die? Für dich Wir verlieren Alpha Servus Und hallo Wir haben Alpha verloren Der Feind hat Alpha Boah, Leute, das Spiel ist so stressig Ich hab das Gefühl, die Keime steigen schon wieder an Der Feind hat sie Steht die da hinten oder was? Ja, na, Natürlich Ich kriege noch Sprachfehler hier Weimser Ich sag wie in die Sicht Jetzt wieder aus Survey Wir spielen, wir spielen die쳐le F phenomena Ghosts Ja Wie langweilig Nein, das ist ja gut comme eine Frage Wie langweilig Bin schon in game Aber immer so Nein, wie schnell!? das Ergebnis sein, dann komm ich ja, ja gut, also das ist grad am auswählen danach dann kanns auch rausgehen ja, ich hab mich in mir die Mitte hart erkämpft ach so so, Tara gegen Omi 19 Uhr fangen die ersten Spiele immer an, ne? ne, alles vorbei ja, ja, ich war ja unterwegs was hat der denn, der hat hier so ne Cybertrone? es geht ab feindliche Oracle, Vorsicht! Leute, die grad dazugekommen sind, wir nehmen das hier auf übrigens nur so wollte ich mal sagen, was gesagt zu haben du bist grade romantisch mit meiner Oma essen, ja? deiner Oma? ja jetzt gab's dein feines Pizza Omas Pizza die beste ja, wir kennen sie nicht Doktor Omas Pizza da irgendjemand neben mir und denkt sich einfach mal ich schieß einfach mal nicht ich gucke zu Spectator Modus Leute, wir brauchen A wir brauchen alle Schlangen aber vor allem A aber vor allem A da sind Hunde Vorsicht, da sind Hunde bei A Leute, das ist Stress hier bei C, bei C wenn ich hab'n super der hockt die ganze Zeit hinter den scheiß Tresen bei A wir verlieren Charlie ich find den Weg zu C nicht, ich bin schon wieder tot ich krieg' vielleicht morgen ich krieg' vielleicht morgen von meiner Oma da sind so viele Wände dazwischen vielleicht krieg' ich morgen von der Call of Duty nice Oma das war ne coole Oma wenn deine Oma ne Call of Duty gibt oah ist die auch n Keyhändler und mir haste ein paar Milch schnitten und das Call of Duty mein Jung so schön in die Wange kneifen voll geil oder nicht ja Oma ist die Beste du brauchst die Beste voll die geile wie nicht geht die da in die Mediamanke kauft ja ja die wohnt direkt daneben hängt der hinter den Tresen was ist denn das für ein blöder Spassel wie behindert ist der denn wie ich so ne Leute hasse die sich hinter den Tresen hocken und da campen so spiel' ich aber auch wir verlieren Bravo da hab ich ja nichts anderes erwartet ich bin ab morgen dann erster im als Kriegstiler nein der Hund der Hund oh also bei bei B ist Bello B steht für Bello da ist der Hund du hast den Hund getötet der klemmer dir voll das Ding hoch die Positionen verteilt Alter so ein Hund gibt 600 Punkte what ey 100 aber du hast wahrscheinlich irgendeine Mission erfüllt oh so ein Hund gibt 600 Punkte weil er noch eine Katze auf dem Rücken hatte du Ziege das ist die Special Ability hier wir verlieren Bravo weil er noch eine Katze auf dem Rücken hatte wir haben Wesen genau wir haben Wesen genau waren eigentlich gerade 200 die sich beglückt haben ja es gab einen extra Killstreak komm hier hinten nicht hoch ich bin gut ist egal wir verlieren Alpha wir haben Alpha verloren mach sie dir mach sie dir mach sie dir boah irgendwen hat's erwischt ach mich von wo schießen die denn da wieso streamt mir keiner von euch will das sehen wir können alle nicht streamen außer Rio 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 wir verlieren alle ultra lahme Verbindung hier wir haben Alpha verloren Rio was hast du für ein Upload hm die Meldung hohohoho ich habe gerade mal drei bei C ist der Maniac wird gesichert Mäh 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 ach ne alleine kann ich die Punkt nicht einnehmen Tillich wir haben A verloren hinlegen komm der Schein reicht aber die Map ist so groß B gesichert einmal gesichert ich häng fest in der Wand Charlie wird gesichert hat mich das erdmännchen getötet kommt zu c na toll hätte erwarten können hinterher und genau was bringt du damit meine freunde immer wenn du an mir vorbeiläufst verfolgen 20.000 gegner das gefühl habe ich auch alpha alpha da ist der oracle nice konnte ich durch die mann sehen warum auch immer weil da irgendjemand was hingestellt hat hacks hacks ich hacke na deswegen bin ich schon wieder tot könnte es tatsächlich geschehen dass wir gewinnen ja ich wusste auch immer wo ich bin oder was jetzt habe ich dich geblockt marv das ne doch nicht hat sich erledigt da war einer hat sie sich in die ecke gesetzt und gewartet c scheint sicher ne c c boah da sind welche schön dass sie ihn weg holt ja da bin ich auch gewesen das verkehrt immer oh nein wir haben gewonnen wahnsinnig gut gemacht leute die killer ne habt ihr immer noch lecks eigentlich auf niedrigerer grafik nicht mehr weil hier in so einem forum steht wenn man die bildqualität auf extra stellt läuft es flüssig ist was war das für ein visier was da war mit an seite mit der seite diese anzeige der seite das war ich holographisches war es glaube ich ich war das schweig schweig